Willkommen bei 1000 Funkel, der Funkelstadt. Das einzigartige Weihnachtserlebnis auf der Kockerwiese in Dresden. Tauchen Sie ein in zauberhafte Themenwelten voller Fantasie und Überraschungen. Der verzauberte Märchenwald lädt Sie ein auf eine Reise in Ihre Kindheit. Hier in meinem Reich gibt es geheimnisvolle Wesen und wir warten auf euch. Auf dem Winterzauberplatz lässt das weltweit gefeierte Helmnottheater ein Wintermärchen lebendig werden. Im Scherenschnittviertel warten Meister Schnippelscher und der Weihnachtsmann auf die ganze Familie. Im Märchenhafen erwarten sie Akrobaten mit Artistik und faszinierende Shows. Der Funkelmarkt im Herzen der Funkelstadt lädt ein zum Entdecken und Entspannen. 1000 Funkel, ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für Groß und Klein. Seid ihr alle da? Ja! Das Flea alles ist einfach eigentlich klasse, ja. Ich bin total überrascht gewesen davon. Die Märchenwelt für die Kinder hier, die da aufgebaut ist und die Vielzahl von den Künstlern, die hier auftreten, das ist wunderschön. Die Igel-Familie. Gerade hier die Stelzenfiguren vom Helmnottheater finde ich traumhaft schön. Und die Kulisse an sich alles ist wunderschön. Ist mal was ganz Neues für Dresden. Eine Bereicherung, würde ich sagen. Funkeltastisches Erleben. Noch bis 30. Dezember in Dresden.